So meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einem neuten Video hier auf diesem Kanal. Heute mit zwei Updates. Einmal 4 Millionen Angebot abgelehnt. Wir haben ein 4 Millionen Angebot wohl erhalten und abgelehnt. Und Felix Agu, Rückkehr auf den Platz, beziehungsweise wann kann er denn endlich dann auch richtig eingeplant werden wieder? Fritz äußert sich darüber. Sehr interessant. Wir sprechen über beides und ich kann euch sagen, Freunde, ich lese ja auch eure Kommentare. Und ihr habt euch gewünscht, dass die Leisten nicht mehr praktisch sich bewegen, sondern grün und weiß sind. Also probieren wir auch das mal. Schreibt doch mal gerne hierzu jetzt eure Meinung rein. Findet ihr das so besser? Oder wenn es sich bewegt? Und ein paar haben gesagt, ob ich das zentriert machen kann wegen dem hier. Die Kamera wird noch richtig positioniert. Das kommt noch, wenn die Trikots dran sind. Also deswegen bitte wundert euch da nicht. Das wird noch gemacht. Ich habe da noch eine Idee. Deswegen da bitte abwarten. Ja, dann sprechen wir über das 4 Millionen Angebot. Aber vorher kann ich euch sagen, ich war heute den ganzen Tag auf dem Fußballplatz und habe mit meiner Freundin und einem Kumpel dieses Video hier aufgenommen. DFB-Pokal-Vorschau. Das solltet ihr unbedingt abchecken. Es hat richtig Spaß gemacht. Eine Fußball-Challenge. Ein ganz neues Format auf YouTube betrefft vor allen Dingen Werder. Und zwar möchte meine Freundin, ich erkläre euch mal kurz das Format oder ein Stück weit das Format. Und zwar möchte meine Freundin für die Spieltage, für die Werder-Spieltage praktisch immer eine Fußball-Challenge vor jedem Spiel machen und in dieser Challenge sozusagen das Ergebnis von Werder erspielen mit einzelnen Challenges. Pro Challenge gibt dann der Mannschaft ein Tor. Und ja, könnt ihr auch gerne mal abchecken, wenn ihr wollt. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es gerade eben erst fertig geschnitten und es ist jetzt online. Könnt ihr vorbeischauen. So, und jetzt kümmern wir uns erstmal um den Spieler. Vier Millionen haben wir für Lia Gruhef echt angeboten bekommen. Lia Gruhef, Marktwert von drei Millionen und hier haben wir das. Werder lehnt Millionenangebot für Gruhef ab. Auf Außenbahnen absolut bedarf. Das wussten wir bereits, dazu hatte sich ja Clemens Ritz geäußert gehabt. Aber wir haben ein Angebot erhalten gehabt, beziehungsweise für Lia Gruhef von fast rund vier Millionen. Von wem das Angebot war, das steht jetzt hier nicht. Aber wir wissen ja, dass es in der Vergangenheit schon mal Interesse gab von Ajax Amsterdam an Lia Gruhef. Das kann natürlich sehr gut sein, dass auch jetzt wieder Ajax Amsterdam interessiert war, Lia Gruhef von Werder zu kaufen. Lia Gruhef übrigens auch 1,85 groß, genauso wie unser neuer Linen. Denn ein Marktwert von drei Millionen und ein vier Millionen Angebot hört jetzt erstmal nicht so verkehrt an für einen 23-Jährigen. Plus vielleicht auch noch Weiterverkaufsbeteiligung etc. Da möchte ich erstmal von euch direkt jetzt an dieser Stelle wissen, hättet ihr dieses Angebot angenommen für Gruhef? Ja oder nein? Was hättet ihr persönlich gemacht oder was hättet ihr euch vielleicht auch gewünscht? Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Gruhef hat letzte Saison deutlich mehr Einsätze gehabt als davor noch. Also die Prognose geht auf jeden Fall gut nach oben aktuell. Man plant ja auch fest mit ihm. Sehen wir jetzt auch hier in der vergangenen Saison 31 Einsätze in der Bundesliga gehabt. Davor das Jahr 26 in der zweiten Liga. 1.100 Minuten zu jetzt 1.500. Gut nochmal gesteigert. Davor die Saison einen. Also ihr seht diese Steigerung hier. Ein Einsatz in der Bundesliga und vier in der Regionalliga. Und davor keine in der Bundesliga und fünfzehn in der Regionalliga. Also die Steigerung geht schon gut nach oben von 26 jetzt auf 31. Und davon eben 1.500 Spielminuten. Ohne Tor und Vorlage geblieben. Denn im Allgemeinen ist ja Lia Gruhef bei uns absolut in der sechsten Position. In der, ich sag mal, Angreiferrolle jetzt aktuell. Denn ich glaube, die meisten von uns erhoffen sich so ein bisschen, dass Linden einschlägt und sofort Stammspieler wird. Und im Idealfall die Position komplett zumacht. Und dann Linden und Gruhef die Zukunft sozusagen gehört. Jetzt muss man natürlich aber auch fairerweise mal dazu sagen, auf der reinen sechster Position, wenn wir im 3-5-2 spielen, gibt es eigentlich nicht so viele Spieler, die dort spielen können aktuell. Und zwar Christian Groß als erfahrenen Mann, den wir da haben. Linden, voraussichtlich Stammspieler, hoffen wir mal. Und dann Gruhef als Herausforderer. Groß kann auch sein, dass er noch ein Jahr jetzt macht. Vielleicht noch zwei. Dann war es das aber auch. Und ist ja auch Backup für die Innenverteidigung, muss man ja auch so sagen. Und ich meine das gar nicht diskutierlich. Wenn er länger macht, macht er länger. Aber das ist jetzt einfach nur eine Einschätzung von mir. Nikolaj Rapp viel mehr in der Innenverteidigung eingesetzt als auf der 6. Also er auch nicht auf der 6. Das heißt, wir haben eigentlich nur Linden als A-Lösung und Groß als erfahrene Lösung dahinter. Das heißt, Gruhef ist absolut Herausforderer. Jetzt ist so ein bisschen das Ding, Linden und Gruhef sind ja fast gleich alt. Also das muss man auch nochmal sagen. Linden ist 24, Gruhef ist 23. Mal schauen, wie auch dieses eine Jahr sich bemerkbar macht. Heißt manchmal aber auch nichts. Manche Spieler sind einfach wesentlich weiter. Auch eine Million Marktwertunterschied. Das, was die beiden nur in Anführungszeichen trennen. Man muss aber dazu sagen, dass im allgemeinen Mittelfeld wir eine absolute Überbesetzung haben. Auf der reinen 6er-Position haben wir Stand jetzt eigentlich gerade drei Spieler. Wenn man Salifu noch dazu zählen möchte, der 20 ist, dann wären es vier. Bei Salifu ist so die Frage, ob er vielleicht wirklich in der Oberliga spielt überwiegend oder ob er sogar verliehen wird oder ob Werder wirklich sagt, nein, wir führen ihn an die Startelf ran. Wobei, dann hättest du vielleicht sogar Gruhef abgeben können und sagen können, weißt du, eine Position, Salifu, Groß und Linden. An sich kann ich aber verstehen, dass man sagt, okay, Gruhef ist die Zukunft mit Linden zusammen. Vielleicht spielt man auch mal Doppel-6 und dann ist ja bevorzugt vielleicht auch, Gruhef mit Linden zusammen zu spielen, wenn du wirklich defensiv stehen willst. Oder dann eben Stay mit reinzuziehen. Also, dass man da variabel bleiben will, das kann ich schon verstehen. Weil nehmen wir mal an, wenn jetzt Stay zum Beispiel verletzt ist und man will diese Doppel-6 spielen, dann ist der erste Gedanke auch von mir, Linden mit Gruhef zusammen und Groß, wie gesagt, als erfahrenen Backup auf der Bank zu haben. Das wäre mein Grundgedanke. Natürlich kann man das auch anderweitig lösen und kannst du immer auch offensiv lösen. Wir haben ja auch gerade aktuell noch, aktuell zumindest noch einen Bomben, Romano Schmid, Bittencourt, Voltemade. Voltemade finde ich sowieso ja als besten Bindegliedspieler. Keita, wenn er zurückkommt, noch im Mittelfeld. Also, Lösungen gibt es da einige. Aber so als reinen Sechser gibt es eben, sind wir da jetzt nicht so überbreit besetzt, sage ich mal. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, boah, aber Nico, vier Millionen mitnehmen und dann Salifu ranführen. Salifu ranführen, Linden A-Lösung und erfahren den Spieler Grosso. Auch das kann ich verstehen. Also, ich verstehe hier viele Gedankengänge, die vielleicht auch der eine oder andere hat. Mich würde halt am meisten natürlich interessieren, was ihr denn selber dazu zu sagen habt. Es ist sowieso jetzt erstmal so, vielleicht ist es ja auch so, dass Werder gesagt hat, ey, wenn ihr Gruhef haben wollt, es gibt ja für jeden Spieler von uns eine Schmerzgrenze, dann wollen wir bei mindestens fünf oder sechs und das wollte vielleicht keiner zahlen. Und dann hat man gesagt, nö, dann behalten wir ihn, weil für vier können wir das einfach nicht so lösen oder so viel machen, dass sich das für uns wiederum lohnt. Das kann ja sein. Das könnt ihr aber, wie gesagt, auch gerne mal so eurer Einschätzung nach mal reinschreiben in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt. Und dann gibt es ein Update zu Felix Agu. Er ist aktuell im Aufbautraining. Er ist auch aktuell in diesem individuellen Training immer weiter und man versucht da, dass er immer näher an die Mannschaft kommt. Und ich kann jetzt mal ein paar Sachen zitieren. Zuerstes Zitat, es dauert zwar etwas länger, aber er ist auf dem guten Weg auch schon wieder auf dem Platz individuell. Wir peilen an, dass er Mitte September wieder in der Mannschaft trainieren kann. Das heißt, Mitte September kann er vielleicht schon wieder bei der Mannschaft trainieren. Das heißt, vielleicht Ende September, Anfang Oktober könnte er dann wieder eine Option werden. Könnte natürlich auch wieder so ein Signalnachricht sein, dass man sagt, okay, bis dorthin spielen wir mit Oliver Birk als Backup für Mitchell Weiser, holen halt eben links unsere A-Lösung, rechts behalten wir Birk und Ende September, Anfang Oktober ist dann Felix Agu auch als Backup von Mitchell Weiser wieder da. Auch das könnte natürlich in der Transferplanung aktuell eine Rolle spielen. Das andere Problem ist natürlich, dass immer wieder, wenn Daten genannt worden sind bei Agu, die immer wieder verschoben worden sind oder er kam dann zwischenzeitlich wieder und dann gab es wieder Probleme. Er hatte ja extreme Patella-Sehn-Problematiken. Muss man mal schauen. Aber das ist erstmal ein positives Update. Da freuen wir uns drüber. Felix Agu immer weiter, immer weiter. Hoffentlich bald wieder komplett gesund auf dem Platz als Option in der Mannschaft. Vor allen Dingen auch als Tempo-Option. Ich drücke auf jeden Fall ganz feste die Däumchen. Und da muss man halt mal schauen, ab wann man richtig wieder fest mit ihm planen kann. So, jetzt zu allem eure Meinung unten rein. Und wie gesagt, sehr, sehr, sehr gerne mal die Fußball-Challenge hier abchecken. Das hat nämlich wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch einfach hier zu drehen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende weiterhin. Und ciao!